Ich denke, was eine Schweizer Unternehmung ausmacht, ist sicherlich mal die Stabilität des Standortes, die Attraktivität des Standortes auch, was den Freizeitwert angeht, die Werte, die nämlich Langfristigkeit beinhalten und solide Wertarbeit. Insofern ist die Schweiz als Land, aber auch die Firma BUS als Schweizer Unternehmen ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Als KMU ist es nicht einfach, gute Mitarbeiter, junge Mitarbeiter für uns zu gewinnen. Insofern spielt natürlich die Standortfrage dort eine sehr große Rolle und insbesondere bei den Anforderungen der jüngeren Generation auch an den Freizeitwert, an die Flexibilität, auch die Zeit, die Freizeit zu nutzen, hat die Schweiz und auch der Standort der Firma BUS sehr große Vorteile. Insofern ist die Attraktivität sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, um junge Menschen, talentierte Menschen zu gewinnen. Grundsätzlich bilden die Universitäten, Hochschulen, aber auch Berufsbildungsinstitute die jungen Menschen sehr, sehr gut aus. Worauf wir Acht geben, ist, dass jeder, der bei uns anfängt, mit egal welcher Qualifikation oder welchem Hintergrund, ein internes Trainingsprogramm durchläuft, indem man erst einmal die Technologie nahegelegt bekommt, sich auch noch mehr mit der Technologie identifizieren lernt und natürlich auch im Laufe der Karriere bei uns laufend permanent eigentlich sich weiterbilden kann. Das können zum Beispiel Projektleiter-Weiterbildungen sein, das können kommerzielle oder patentrechtliche Weiterbildungen sein, so dass man eigentlich mit der Zeit auf der einen Seite sich immer mehr mit der Technologie auskennt und identifizieren kann, auf der anderen Seite aber auch seinen Hintergrund, seine Allgemeinbildung im Bereich des Maschinenbaus, des weiteren Umfelds ausbaut.